Wir hören gerne den Vögeln zu und genießen die Formen, welche die Natur uns bietet. Für den, der ein Auge dafür hat, erzählen diese Formen eine Geschichte. Auch unter den besten Bedingungen weichen viele Bäume in unseren Wäldern von ihrem naturgegebenen, geraden Wuchs ab und geben skurrile Formen zur Schau. Dies passiert meist dann, wenn sich das Wild, wie zum Beispiel das Reh, an der leicht erreichbaren und gehaltvollen Knospe an der Spitze der noch jungen Sprösslinge vergeht. In dieser Knospe steckt für einen Baum die gesamte Energie für das senkrechte Wachstum eines ganzen Jahres. Um trotzdem im Konkurrenzkampf um das Licht mithalten zu können, wächst der Baum von einem Seitentrieb aus nach oben und nimmt dafür einen krummen Stamm in Kauf. Ist der Wildbestand zu hoch, sieht man zu manchem armen Geschöpf gar nicht mehr an, dass eigentlich ein stattlicher Baum aus ihm werden sollte. Auch schon hochgewachsene Bäume sind vor dem hungrigen Wild nicht in Sicherheit. Ist die Rinde zu stark betroffen, müssen die Bäume sterben, da keine Nährstoffe mehr in die Baumkrone gelangen. Krumme oder beschädigte Bäume können von uns Menschen nur schlecht genutzt werden und führen auf lange Sicht zu einem kranken und witterungsanfälligen Wald. Aus diesem Grund wird der Wildbestand reguliert, damit er ein Lebensraum für Pflanze, Mensch und Wild bleiben kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017